ich habe jetzt kommentator ausgemacht der ist gar nichts da jetzt ist er doch da redet er doch ich bin spieler nicht die ich haben möchte weiter geht schon mal richtig gut an er ist ja nicht schwer bei zwei jahren vorgegeben verstehe ich was daran so schwer ist alter ja aber trotzdem und hat auch manchmal so probleme und ich denke mir so also generell mit neuen spielen dann hätte ich sehe ja seit 26 jahren kapie nach dem stamm marsch der schießt mit dem falschen fuß ok das ist bei blitzes und er kommt er kommt er nicht hinterher der junge hier ist in der rakete muss man schon sagen wenn ihn verteilt sind zu langsam oder kommt kraft die jungen schick sehr schick sehr schick leck mich doch jetzt weg das ist eddie ah ja verteidigung steht um weiter zu skippen der mann rückwärts da war ich der die folie die wicke gedonnert jungs geht da jetzt ab der junge frankfurt was du besser mann was hast du angestellt ich wollte noch ein bisschen um tanzen ist wieder zu schnell der schick oder kommt in der kummer ich drücke war also bei sind echt blocken oder da hast du komplett aus das richtige trainer heute ratiert wer jungs gleich und zusammen sie post ja was geht mit dem hat er jetzt so gut über sich wenn das jetzt im grauen hätte wir ach du hast glaube ich r3 gedrückt glaube ich oder ja dafür die kai dass die an den kontrolliert der kohle vorsteht junge ist er rechts oder links fuß ich weiß es nicht mehr wo es war wo ist der junge rechts muss alles klar ok keine ernte niederweise des links fuß perfekt die richtung gepasst oh mein gott da wollte sie hinpassen ach der leck mich auf den arsch ey kom blind freistoß rev deswegen nur auf mann das ist so schwarz wie schnell der ist da passt einfach mal ins leere 8 jungen spielen aber so offensiv weiter ist sehr krank der bailey wie ein echt junger kreiften ströbeln er läuft da oben nicht mit die ganze zeit da rockt und nach schmutz ja ok da ist der komplett raus die passion alle ach der griffen wurden so ok ok gibt aber keine karte ja aber trotzdem die kürze und also ich kenne karte stark wenn ich dort bin ich gut habe ich gesagt ich bin bei der verlost ist der ja wohl so gut spiel erstmal gut spiel neun tschüss es gibt auch anzeige anzeige es wird aber abgelehnt einfach irgendwas machen also in der hoffnung ist es richtig ach die außenspieler sind jetzt von dir offensiver genau genau wie meine abwehrspieler ist auch offensiv jetzt auf einmal gewonnen er hat den ball zurück was das denn es gibt auch wenn die drei jungen so scheiße oh ich war das wo steht ja ok digger jetzt habe ich vieles anders hier vorgesehen naja aber kacke und siehst du durch ort obat mure ach doch ich habe unnahe nicht drin oh mein gott ich habe den du hast den doping könig oder nicht drin das macht der junge fein dann erst entstehen dass er wieder steht leider ist er nicht das macht der junge fein fixer das ist die fifa logik what the fuck beim nächsten vorjahr welchen digga muss man nicht verstehen ja scheiß drauf digga ja okay okay du faust ich krieg karte oder ich krieg verwahrung ok ok stopp david nervig ich finde nur von dem jungen okay ich glaube sind gerade hier 12 gegen 10 also ich habe kreis gedrückt ich drücke kreis ich sage ich bin kein schiefer spieler ich habe gerade gewechselt und ich glaube der wurde schon ich dachte ich dachte gerade was geht jetzt das ist nicht der netz ist ja auch so eine ansage gemacht hat dass der falsch parker steht na peter irgendwas da b8 raus aus bedienen es wäre krise ding ins gesicht nein richtig okay jetzt zu spiel also okay 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 so geht der eigentlich daran ja okay scheiß drauf spiel scheiß drauf merke ich merke schon wir verstehen uns überhaupt nicht ja okay 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 guck mal lass sie bluten ja scheiß drauf scheiß drauf geht meine grätsche fliegt auch noch klaffen habe ich vergessen ich habe immer noch schick dreht ich habe den doch gerade eben ausgewechselt man sie sind sie verarschen eigentlich jetzt ich werde schon rot junge du du bist ja auch stein liga das geht so weit noch nie das ist das spiel ich will noch mal gegen dich danach die fresse jetzt hat er die fresse ich kann ich kann überhaupt nichts machen wir ja machen wir schmutz spiel lässt sich die küderleine pro gruppe die installierte habe ich überhaupt nach der halbzeit hatte ja schon mal reformschule jetzt bin ich packen hier